Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit für Hardboiled Chicken in der Untergrundbahn. Und wie das Ende der letzten Folge ja schon verriet, ist hier beim Erreichern der Untergrundbahn auch nicht irgendwie heiter Sonnenschein, sondern direkt auf die Fresse-Action. Was ja jetzt auch nicht weiter wild ist. Nummer eins. Nummer zwei. Und denn? Uh, hier gibt's eine Menge Kisten. Das heißt, es muss viel gestapelt werden. Aha. Und... Aha. Hier denn irgendwo rein? Ne. Die fahren also nur parallel. Was jetzt nicht so wild ist eigentlich. Nichts. Ich russle an Brücke, fährt er weiter. Aha. Aha. Ach bitte. Also einmal runter. Dann... Nee. Bis in die Richtung. Kann ich nicht auch einfach direkt da draufschmeißen? Nein. Knoppe drücken. Geht doch. Jetzt komm ich auch hier hin. Komm ich nicht. Was soll denn der Quatsch? Was soll denn der Quatsch? Ich hätte die Sine dabei wieder was ausgedacht, ja? Aber... Was denn? Ich komm ja hier schließlich nirgendwo so richtig weiter. Da muss ich vielleicht alle drei da draufschmeißen, um in diesen komischen Raum zu kommen. Aber das ist ja... Das kann man ja mal machen, ne? Und dann funktioniert das auch genau nach diesem Prinzip, dass ich nämlich den rechts jetzt wieder runterholen muss. Äh... Und die Kiste im Prinzip da drunter stelle. So... So... Wollen wir mal schauen. Nein. So... Genau. Jetzt die Kiste hier rüber. Mit dem ganzen Grödel hier runter. Falsches Knopf. Äh... Ne. Falsches Knopf. Falsches Knopf. So. Nochmal. Hier runter. Die Kiste. Dahin. Aufzug rufen. Und hochfahren. Und dann müsste das ja jetzt genau passen. Das wird wahrscheinlich das Witzige sein. Ach doch. Ich kann stufenweise hochgehen. Halt. Halt. Ne noch. Den möchte ich doch gerne noch mitnehmen. Und da sind jetzt zwei AK-Typen. Können... Können ja was Lustiges probieren. Und einen... Möglicherweise... Für uns gewinnen. Und damit den anderen erschießen. Nimmst du ein. Und schlägst einen anderen damit los. Ja. Hervorragend. Kann sich verstecken. So lobe ich mir die. Okay. So. Mal weiterschauen. Da steht nämlich noch einer. Das Schöne ist... Dass die hier erwischt. Die sind auch nicht ganz so wild. Okay. Was ist hier noch? Ach ja. Das ist ja süß. Alle tot. Gut. Ach und hier kann man jetzt plötzlich durch die Türen durchgehen. So. Hat er die Tür aufgemacht. Kommt er hier auch nicht mehr raus. Das ist aber auch scheiß. Eyal. Kann er schließlich mit dem Ding runterfahren. Ne. Kann er nicht. Naja. Aber er hat für das Küken schon mal den Weg freigemacht. Ist jetzt auch offen. Jep. Lass mich nochmal raus. So. Hier kommt er natürlich noch nicht durch. Nicht weiter schlimm. Das geht ja jetzt doch erstmal abwärts. So. Diese Elite-Pinguine, sie sind so cool. Die in ihrer blauen Uniform so durch die Gegend brennen. So. Und nochmal hoch. Wieder in den Fahrspur. Wobei, hier kann ich jetzt durchgehen. Das ist ja voll Knorke, wa? Ja, 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 ja. Ich will aber runter. Und ich will vor allen Dingen... Oh, was ist denn hier? Ich hier lang rollere. Ich will da hin. Auf die Toilette. Au. Depp. Au. Ich will hier erstmal wieder weg. Aha. Trefft mich ja gar nicht. Und wenn ihr kommt, dann erschieße ich euch. Da war noch ein dritter. Da war noch ein dritter. Oh. Korrekt. Das dürften sie jetzt in diesem Raum alle gewesen sein. Okay. Jetzt habe ich eine rote Schlüsselkarte. Jetzt kann ich mal gucken, was man damit so alles machen kann. Und ob ich vom Klo wieder runterkomme. Nee. Hier geht's nicht weiter. Also erstmal eine Etage nach oben. Ey. Blödsinniger Aufzug. Blödsinniges Aufzug, Dings. So. Jetzt nach rechts. Ja, auch nicht weiter. Nicht wirklich. Gut. Dann also wieder nach ganz oben. Jetzt kann ich mal wieder laufen. Sieht ja sonst peinlich aus, wenn ihr die ganze Zeit rumrollt. So. Oh. Ja. Schwierig. Hier komme ich nämlich auch nicht durch. Was war denn hier links sonst noch so? Komme ich da irgendwie ran? Nee. Dann muss ich mir wahrscheinlich eigentlich diese Kisten hier rein schieben. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Das kann ich ja mal machen. So viel Spaß. Und. Noch eine Kiste. Jetzt nicht so genau weiß wie ich die... Hä? Hm. Das ist ja ulkig hier. Wo geht's denn da weiter bitte? Ach. Los, fahr mich hoch. Dann fahr ich eins runter. Hier geht's nicht weiter. Dann fahr ich eins runter. Dann fahr ich eins runter. Hier ist die Toilette, da komme ich aber auch nicht weiter. Es sei denn natürlich, ich kann mir die Kisten auch in solche Kriechgänge reinschieben Das wäre natürlich eine Option Dann ist es ja jetzt in diesem Level tatsächlich mehr Puzzle als Schießen Verrückt Ja, das geht schon mal So geht es doch Und Speicherpunkt erreicht Damit ich den Kuhn jetzt hier ganz ungeniert auf die Fresse prügeln kann So Weiter geht's Okay, hier macht er auch nochmal Station Und jetzt ist das da auch offen Das heißt, jetzt kann ich meine Kisten Oder zumindest eine Kiste Da auch direkt hinschieben Auf dass ich dann Da wieder weiter kann Ich muss ja schließlich irgendwie In den Fahrstuhlschacht reinzuwerfen Ja Das läuft ja ganz goldig hier Das ist hier noch Achso, das ist das Na dann eben Über diese Route Jetzt ist es wahrscheinlich so Bis ich diese Kiste Vorsichtig hier Vorsichtig hier hinschiebe Sehr schön Jetzt haben wir eine zwei Kisten nach oben Ich irgendwie hinterher Was zum Wer hat diese Absolut fabelhaft So Kann der hier auch Kisten schieben? In der Tat Na dann schieb mal Kisten Und Geh mal hier rüber Und Nein, 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 nein Jo Und Klick Und hier steht auch schon Das große Schild Exit Ich hoffe, ich habe das Level geschafft Jawohl, Chapter 12 A bridge and a half Eine Brücke und eine halbe Das aber dann Beim nächsten Mal Bis dahin Zockt viel, zockt schön Und Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal